Hier sind Angry Briten drin, wie immer eben. Hä? Hä? What the fuck? Warum fliegt da die Waffen hoch? Ja eben, gell? Hatte ich vorhin auch schon mal. Hab ich auch schon mal gesehen. Aber das ist glaube ich immer nur, wenn jemand gekickt wird. One Firebox. Einer ist Tetris, einer ist Pallas. Pallas. Flash jetzt. Du hast noch zwei. Hammernice, Alter! Nee, das heißt ja älter, ne? Und ihr habt ihn sogar noch gemacht. Ich brauche bewegen, das Bild. Die beiden sind einfach zu langweilig. Ja, ist schon geil, der Typ, ne? Warum? Ja, da springt einfach um die Leute ruhe und drückt den Taser. Oh, hier sind schließe, hier sind schließe, hier sind memory with time. Lol. Lol. Loll! Oh, ich krieg keine Luft mehr! Die Welt ist schon ne geil irgendwie, oder? Mh 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 Man, er ist nicht geschafft, ne? Mh 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 Das muss aufgenommen werden So, jetzt finde ich da So, hat der Typ mich gerade noch vorne da? Oder was war's, ne? Ah, der hat gesagt, du bist halt ein Noob. Was? Okay. Der hat gesagt, du bist ein Noob. Ja, wir hier rinken, aber auch egal. Oh mein Gott, ich bin da. WTF, WTF, wie ist er schüttet? Und ich kann definitiv... Nice. Nice. Be careful to don't fall, okay? Don't fall. Okay, I tried. Who was there? Oh mein Gott, er ist ein Idiot. This is an Ace. Oh, lol. Oh mein Gott, Ace, Ace, oh mein Gott. Ich mach einen Dated, bekommst nicht mit, ne? Toxic. Ja. Der ist schon bei. Ja. Ist nicht für dich geplant, das weiß ich nicht. Echt? Ach du meinst, ist er durch? Ah. Ah. Nein. Nein, nein. Der ist anders, Alter. Das war mal einfach. Oh nein. Endlich hab ich das mal zum Einsatz gebracht Highway einer Gabelstabbeldürfen Aha Einer, Einer, Einer Epsilon Einer Highway Einer ist oben drauf Epsilon Das ist aber A B B Da hat man ein Klinge Da fühlt sich auf jeden Auf Karten Passend zu dir auf Könntest du da mal meine Arbeit reinzlichen Was Omer gesagt hat, ich hab nicht verstanden Da nix nach Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Oh, kein Zeitpunkt, kein Zeitpunkt Du hast einen Kits Hast du ihn schattet? Ja, er hat er Geh, geh, defuse! Geh, geh, defuse! Oh, hast du den CS-Sound gehört? Ja Voll geil Kann er den HFC aufbringen? Ich muss auf... Das ist Cloud9 Oh, das Cloud9 I'm a 7 Heaven is weg Freak, fight again! Just don't peek though Fassin' 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 Oops Good job Das ist also aus der Arraychecker aufdose Ich hab zwei Wefens as well Puh, da hab ich da ein bisschen was verteilt, oder? Ähm, das ist Maschine Kappa Aber wärs nächste Runde, wir müssen die Runde gewinnen Oh, ne! Oh, ne! Ich geh wirklich zu pissen Ich geh wirklich zu pissen Nein, Mann! Also, pass auf! Wir pushen nicht, okay? Ihr steckt B Und Jumarie und ich bleiben auf A Sobald einer einen sieht, droht hier alle, okay? Ich, 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 ich... Okay, wer kommt denn mit A? Wir machen zwei A Raub, 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 Raub Er kommt mit A, wer ist freiwillig da? Genau, Doktor, du bist mit A Okay Okay, sobald einer einen sieht, wird er rotiert, okay? Äh, du bist am besten auf den Schaub, und dann dann geht er los Äh, der Runde, wir gehen mit an Das ist dann wirklich geil Also, äh, wir ringen dir sogar mit Also, wir ringen dir sogar mit Also, wir ringen dir sogar mit Okay, ich gewähre und smog da dir Du bist morgens in Eingang Und, äh, ringen dir sogar mit Äh, sie sagten, instantly Äh, ihr puh, die war mit Zum Beispiel Okay, wir haben noch 16 Sekunden, los geht Ich geb... Nee, ich mag doch wieder Ja, du brauchst einfach mal Wenn jemand durchführt Ich gehe dich für 90 A Aber vergesst nicht, äh, versucht nicht zu peeken aus, wie hab'n Sniper Ja Wenn ein berührende Verlattete Wolfe Und hier bist du Da kommen welche? Wo? Took 100 Tschin, vier Nice Gen.. Yo, go Coala Bestand To Episode Big Gehts, gehts, Team, auf gehts Ich höre, ey, wie jemand Ich höre Das erste, das Stück, der wird gekickt Okay, das machen wir Wenn wir, wenn... Oh mein Gott, gut sein! Nein, es ist auch noch mal sehr selten aus Lange Schüsse Kotz machen jetzt Ah, wie jetzt mach ich Soll ich B bleiben, oder kann ich... Einer B kommt... Einer B, der andere kommt A Bringen wir, äh... Auf einmal Führer, dann komm ich hier Ich hab 6 AP, ich fall zurück Die picken mich Ey, grün, grün, grün Los mit mir Äh, 1-1-1 Thanks Was? Wann ist das? Nein, nein Nein, nein Fuck Fuck Wer ist das gestorben? Nicht, fick, 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 mach, du fick hin Nice Und das sind Fick du, fick du, fick du, fick du Junge! Geh lang Wenn wir wirf den Flash auf Shorten, dann geh lang Ey, der will sterben So geht es nicht auf Seite, du musst über das Schild werfen Du willst nach? Was ist das denn ganz so wild? Das ist Ramp, Ramp, das ist Ramp Guck ab Ich wollte nach mir NICE Nice, man Alles high Und jetzt drogen wir noch so ne scheiß Kiste und Boah, das war ein Spiel, ne? Ihr könnt euch gerne bedanken, haha, lol Ja, kann ich ja nicht einfach Easy Mit LOL, die AWP B Tu nur noch nöt Wo ist der? Lass mich die AWP nehmen Oh Mann Bitte keinen B-Stack mehr Wobei die jetzt wahrscheinlich wieder B gehen Nee, bitte Fuck Sag ich ja Als hätten sie an Einen hab ich fast noch geholt Einer zwei HP Einer andere 80 HP Auf B Ey, was zur Hölle Mann Bei mir leckte es ja auch nicht Einer ist Top-Hanner mit 40 Letzter 40 Ja Frag einfach nicht, was ich gemacht hab, okay? Was war das? Nicht fragen Zerbombemäßig aus Kajun, please drop off Thanks Was war das zum Teufel? War angemacht Also 15 Ja, okay, danke, ich muss aufs Loh Fragen Was für behinderten Leute Spiel ich hier, Mann Das ist doch schon wieder zum Scheitern Verdammt wegen diesen Deppen Ja, 1200 Spielstunden spielt aber so als hätte er 11 Also ohne Spaß Also ohne Spaß Wir hätte auf die Map gucken können Beide Ass halten Und da steht irgendwie Cet hier Und macht da irgendeinen Scheißdreck All on me Ich bin hier Ja, ich bin hier Ich bin hier Piefin Es geht Ich bin hier Sind die, wie behindert sind die, Mann? Was? Ich glaube, wir machen alle tausend oder mehr Spielstunden stoppt mit dir von mir. Sie raffen einen Scheiß. Boah Gott, das ist ja ein Bildschirm. Wo? Hier, vor mir. Wo bist du denn? Bei mir daheim. Du bist doch alle geistig behindert, kannst du mir doch nicht erzählen. Du was dummes, Mann. Am Arsch hat der mich getroffen. Der hat an. Boah, diese Räder-Textur von dem Traktor ist auch sehr awesome. Da ist nur Smoke dran. Alter, der hat mich doch nicht gerade durch die Smoke geholt, fast. Das muss ich hier gleich auf meinen Main-Rage kriege. Oh, krass. Scheiß-Tür! Okay, das meiste. Gut. Russen sollen einfach eine eigene Scheiß-Region kriegen. Diese Deppel. Das geben sie einfach zu 4A. Das wird sich verarschen. Ich hatte bisher in fast jedem Spiel in Deutsch im Team. Oder im Gegner-Team. Aber Russen fast gar nicht mehr. 4G A! Ich bin alleine, jetzt geht ja nicht mehr einer mit. Ruhig, ruhig. Einfach ignorieren. Was für ein geistig behindert, Mann. Ignorieren, auf Change.org gehen und die Petitionen loschreiben. Ganz dasselbe machen wie wir. Sind wir auf dem deutschen Server, oder warum hast du eine 16er Ping? Ich hab immer einen 16er Ping. Ich hab immer einen 16er Ping für euch, dass wir so gestorben sind. Wollen wir mit, bitte in den Spiel? Fuck, Mistball. Irgendwie hab ich noch eine Waffe gekauft. Nö, hab ich nicht. Schau aber grad so aus. Wettbewerb steht in der AWP. Klar steht da in der AWP. Du musst die machen, Mann. Ja, geclasht. Der Typ, ne? Die haben es einfach... Schon wieder ein Deutscher. Der Typ, das ich in einer 5 Runden Rage quitte, oder was? Du bist raus. Der hat... Noch nicht. Noch mal so eine Runde, das geh ich, aber... Was? Der hat einen Godknife Doppler Saphir. Auch, Mann. Was hat der? Godknife Doppler Saphir. Ich habe hier irgendwie geistig... Und ein Wackband. Ich habe hier eine geistige Behinderung. Kannst du mir nicht erzählen. Da ne kommt in den Channel, da ne Rage, da ne geht. So läuft die in der Abend ab. Die sind so geistig behindert. Ich würde es wahrscheinlich nicht mehr merken, wenn sie einfach sterben. Hä? Oder wenn sie, wenn sie, keine Ahnung... Schneidest du den Arm ab, sie raffen sie nicht, weil sie so dumm dafür sind. Alter. Kletter hoch, Dennis. Das habe ich vor. Du bleibst da. Nee? Tschüss, Daniel. Kannst du mir nicht erzählen. Und der in DMG im Gegnerteam hackt natürlich. Auf jeden Fall. Der ist schon wieder. Ich meine... Ich kriege es ja hin, halt eine B zu halten. Aber die kriegen es nicht hin, so für die A zu halten. Und die gegen die Gegner, das ist doch das Problem. Mann, oh. Kappa. Because why not. Jetzt kann ich mich für die erste. Weil ich erste bin. Let's see is what you see. Okay, aber du mal, ich schau dir vor, ich will den jetzt einmal kurz auf die Fresse geben, weil er mich eben gerade genervt hat. Ja, ja. Ganz ehrlich, wenn du Gott alter, der hat mich gerade erwischt, weil ich die Treppe nicht mache. Wo ist der? Orange, du scheiß Bähne. Wo ist der? Auf dem Dach. Ich kenne dich gleich, Mann. Fucking retard. Verarschen, Mann. So ein Depp. Du erwischt ja nicht so, oder? Oh, schade. Weißt du, es ist so schön, wenn wir kleiner dich framen, weil du einfach erst auf dem Scorbop bist als Troller. Sag mal, muss ich dich taseln, damit du damit aufhörst, oder was? Mal so hochs. Ne, ich brauche den Taser, der mal ein und andere Leute eher verdient als du. Der hat 0, 0, 5, der andere hat 0, 4, 6. In sechs Runden. I see, I feel my life's below. I feel my life's below. Smoke weed every day. Ne! Ne, tut mir leid. Bist du jetzt gelieft? Giraffe, nichts, tut mir leid. Lief. Oh, lol, ich seh... Lol. So. Hex. Bin gelieft. Da eine Rage-Kütte, das muss ich aufnehmen. You're a son of a bitch. Hey. Wer meint der? Na, heiko long. I play long as well. Besorbt, Anastasia, jetzt werden Klicks geteilt. Hoffentlich. Du hast einen rearmt rank match. Wo ist der Klick? Lol, instant, headshot. Long, at least strong. Trigger ist long. Let's say. Rerand, zu long, rerand. Oh, die Klicks sind real. Halt die Klappe, du hast gar niemanden getaggt, okay? Alles ist gut, Dennis. Du hast niemanden getaggt, niemanden. Ja, was? Aber alle machen solche Klicks gerade. Oh, der hat einen Klick gemacht. Das ist okay. Das kannst du gerade nicht spielen. Ja, wer will denn schon spielen können, Daniel? Kevlar. Soll ich mal so einen Dennis Sachs machen? Der Flash. Ich glaube, es wird ein Team Sachs. Ich weiß nicht, ob es einer war. Nö. Ist das überhaupt weh? Lol. Ich hab dich getroffen. Du hast in sieben Tage waren hier. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ich hab dich getroffen, du Hurensohn. Alter. Ups. Ich wollte den Typen neifen und dann bist du reingesprungen. Ich hab's gesehen. Wollen wir saven? Ja, tunnels. Was kriegen wir hin? Ich hab'n Cat. Ja, das ist klar. Ja, das ist klar. Ich hab's gesehen. Was tunnels denn letztens? Tschüss, scheiße. Nice, nice, nice! Nice, nice! Nice, nice! Stop it, stop it! Stürf nicht! Schade! Schade! Stürf nicht! Stürf nicht! Schade! Nice. Nice job, Joe. Nice job. Jürgen, die kann ich nicht aufhaben? Dieser harten Trizeps ist glaube ich Hacker, weil der hat mich durch ne Wand geholt, die wo ich ihn nicht mal gesehen hab. Die Wand an Ding, ähm... Wand von... ...und zwischen Long & Short trennt halt. Schst! Was benesst adder weiß ich eben habe? Dass man auch hier begutzt sagt. Das ist 10. Wir fangen in Wurzel mal mehr in Wurzel mountBA�ien. Das ist klar. Musik... Meuseς ... W 평ام��도 zu sagen? What the hell? Bitteschön für die Tech-9 Das ist rechts rechts kkk nice wenn es gibt sie natürlich headshot was sonst fall in jw ah schade aber du kannst die dauerung geschwindigkeit doch begrenzen ja aber wieso sollte ich weil es geht ich hab mein spraykontroll verweich ich wurde zweimal gekillt glaubst du es aber ich übernehme noch ein bot lol wo bin ich ich bin im weisen wtf ich habe mich nach oben gegrinscht was war das hast du das gesehen warum kaufst du weißt es nicht weil du nichts gesagt hast ich muss wenn ich bei dem nicht in geben die übernehmen dann kauft er immer ja wir hatten bompland bei bompland kauft man nicht man kann aber man sollte es nicht machen da ist ein auto shotgun drinnen wo rechts neben dir da ich höre nichts ich ja hier drin oder was ne ne der ist in diesem eingang gewesen ja easy klatsch situation ja recht neben der hat noch 30 vp ja wie kommt der links neben mich was ist denn das mate der computer maids man eis sag mal der spielt doch mit oder wer der daniel nein nein ich hab gerade übel gepasst hat ne ohhoho oh shit sag mal nein 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 지�end ja co Alter so logisch, ist schon logisch auszupitzen Das wäre vielleicht möglich Oh Gott, Spillow Wo ist dieser Dreckspot? Das ist ja jetzt Was ist? Ups Was ist denn? Legendary Eagle Ich glaube aber, du könntest auch Legendary Eagle Master machen und ich glaube, dass das B wird Schaut Sicher, dass der Schaut wird? Ja, Quante Nein Blank down smoke Dass ich jetzt mal ne gute Smoke verschwende Ich hab Schaut gesmoked Ich weiß jetzt nicht, ob wir dieses Mögen WTF, was gibt der mir, Alter? Was, wie es mir gibt, Alter? Über, äh, ja, da, kommt er Nice Nice Gott kommt da Meine Fresse, Alter Ice regt mich das jetzt auf Jetzt kann ich mir da fucking MP kaufen Dreckiger Hurenkack Und die, hoffentlich gewinnen wir die Runde, da hab ich wieder genug Kohle Wow, der klaut meinen Ace Ich soll ABP nehmen, Alter, was macht der? Was macht dieser Wichser, Alter? Und noch eine schöne CZ kaufen, weil die so geil aussieht Warte, 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 warte Loll Warte, warte, warte WTF, was das? Oh mein Gott Der wird im GESARI Mit Ok Sag auf, 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 sag auf